Hey meine Lieben! Ja, ich mache heute endlich die Review zu meinen drei Watcher Globes von Sailor Moon. Und ja, bevor ich euch die drei genauer zeige, zeige ich euch erstmal ein Zettelchen, der dabei war. Und jo, so schaut ein Zettel von diesen Watcher Globes aus. Ich habe drei davon, weil ich ja auch drei von diesen Watcher Globes habe. Aber ich zeige euch jetzt nur einen, weil die sind alle gleich. Also brauche ich euch da jetzt nicht alle drei zeigen, sondern ja, zeige ich euch nur einen, weil wie gesagt alle drei gleich sind. Ja, und zwar haben wir hier vorne erstmal in der Ecke das Sailor Moon Logo, also das Jubiläumslogo, dann hier die Schrift Sailor Moon. Dann irgendwas auf Japanisch, keine Ahnung. Der Hintergrund ist auch sehr schön, also so Rosen und also richtig schön. Das Ganze kommt natürlich von Bandai. Und hier sieht man auch schon die Pegasus-Kugel. Und ja, wenn man das Ganze jetzt aufklappt, dann sieht man eben das ganze Set, was alles dabei ist. Also hier einmal die drei, was ich ja habe. Ach, ich stehe schlafen. Wie ist das Ding? So. Die drei, die ich ja habe, und zwar die Pegasus-Kugel, Plufus-Talisman und der Spiral Heart. Und Rot, also Rot kann man ja nicht sagen, ist ja kein Stamm. Und dann noch die drei Verwandlungsdinger von den Inners aus der Super-S-Staffel. Die habe ich mir jetzt nicht gekauft, weil ich, ja, mich haben jetzt nur die drei interessiert. Ähm, ja, aber so den Hintergrund finde ich auch sehr schön. Und wie gesagt, also die drei gibt es hier einmal. Das ist halt von Venus, äh, Jupiter, Mars und Merkur und dann eben die drei. Und, ähm, genau. Und hier einmal dann noch eine Anleitung, weil das sind ja Waterglobs, also Wasserkugeln. Die kann man mit Wasser befüllen. Und, ähm, ja, mache ich natürlich nicht. Und dann hier hinten auf der Rückseite ist natürlich ganz, ganz viel auf Japanisch. Keine Ahnung, was da draufsteht. Interessiert mich auch nicht. Und, ja, dann würde ich sagen, zeige ich euch einfach jetzt mal meine drei, die ich habe. Und zwar zeige ich euch jetzt erst mal den Spiral Heart Moonrod. So schaut er aus. Ich mache dann nochmal genauere Bilder, weil, wie gesagt, meine Kamera, die mag ja so kleines Gedönsel nicht. Und, ähm, ja, aber ich finde den total schön. Also hier oben kann man diese Kugel eben erkennen und auch dieses Krönchen, die Herzform. Dann, äh, hier diesen Kristall, zeige ich jetzt mal, dann außenrum diese vier, ähm, Steine. Oder auch, ja, das sind jetzt eigentlich aufgemalte Kugeln, Punkte, wie auch immer. Aber so ist der auch sehr schön. Hier vorne hat er noch diesen Halbmond und dann hier eben links und rechts diese Schluppen, ne, diese von dieser Schleife. Und, ähm, innen drin hat er, äh, Herzen, passend eigentlich zum Spiral Heart Moonrod. Und, ja, auf der Rückseite also auch sehr, sehr schön. Meine Kamera macht das halt überhaupt nicht scharf. Weil die mag so Zeug überhaupt nicht so kleines Gedönsel. Aber, ja, genau. So, wie befüllt man das jetzt? Ähm, das ist ganz einfach. Da zieht man einfach dieses Stück hier weg. Und dann hat man schon dann hier diese, ähm, ja, diesen Deckel, diesen schwarzen, den zieht man ab. Und dann kann man dann eben Wasser reinfüllen. Was ich natürlich nicht tun werde. Was wäre ich denn für einen Sammler, wenn ich da jetzt Wasser rein tun würde? Das wäre ja, puh, das würde ja, würde ja gar nicht gehen. Das, würde ja gar nicht. Jetzt zieht das nochmal meine Kamera, macht das gerade mal scharf. Also, der ist wirklich sehr, sehr schön. Ist halt leichtes Plastik, also der, der wiegt wirklich nichts, ne. Also, der wiegt wirklich null. Null Komma null. Aber ich finde den sehr schön gemacht. Und ich liebe den Spiral Heart Moonrod eh total. Deswegen musste ich das unbedingt haben. Auch wenn die wirklich nicht sehr groß sind. Also, ihr seht es ja, meine Haaren, die sind wirklich echt nicht groß. Also, ich würde jetzt mal so, pff, 5 cm schätzen, so ungefähr. Also, größer sind die nicht, wenn überhaupt. Also, im Schätzen bin ich eh total, total schlecht. Ja, genau, das war der Spiral Heart. Dann kommen wir zu dem Talisman von Bluetooth, sag ich jetzt einfach mal. Das Granatzepter kann man ja nicht sagen. Es ist ja kein Zepter, es ist ja nur der Kopf. Auch das finde ich total schön gemacht. Also, man erkennt, ähm, hier diese, diese Kugel, ne. Dann eben diese große Kugel, ähm, wo auch dann, äh, das, das Wasser reinkommt. Diese drei Tropfen, pff. Ähm, innen drin sind, ähm, Sterne. Und, ähm, ja, auch hier muss man das Teil runterziehen. Dann hat man hier diesen schwarzen Deckel. Den zieht man auch ab und dann kann man eben Wasser reinfüllen. Dann ist auch hier noch so ein, so ein, äh, Dings da, so ein Siebartiges Teil, damit halt die Sterne nicht rausfallen. Und dann kann man dann eben dann Wasser reinfüllen und dann hier wieder zumachen. Irgendwie so tun. Das ist wie beim Unboxing gerade. Ich fühl mich gerade, ich hab grad echt volles Déjà-vu. So. Ja. Weil beim Unboxing hab ich's auch nicht gekriegt. Ja. Genau. So schaut der aus. Also der ist auch sehr schön, aber hat auch, wie gesagt, kein Gewicht. Also der ist auch total leicht. Ist halt auch das billigste Plastik. Kann's ja hören, ne. Also, ja. Aber ich find die echt sehr schön gemacht, trotz dass sie so klein sind. Und, ähm, genau. Und dann kommen wir zum Schmuckstück, finde ich. Ich liebe die Pegasus-Kugel. Und die Pegasus-Kugel musste ich einfach haben. Was bei meiner jetzt ist, ich weiß nicht, ob's bei allen so ist, oder ob das irgendwie so ein, ja, Produktionsfehler ist. Die geht nicht richtig zu. Man kann's ja vielleicht sehen, dass das hier nicht wirklich zugeht. Aber ich find die sehr, sehr schön gemacht. Also ich find die wirklich ein Traum. Und ich lieb die Pegasus-Kugel. Und ich hoffe da auf Publica, dass die vielleicht da auch nochmal irgendwie, ähm, ja, nochmal ein Release machen. Das wär sehr toll. Würde mich sehr freuen. Und so schaut die aus. Also hier oben, ne, kann man, leicht verschwommen, wie gesagt, ich mach mir da keine Angst, ähm, kann man diese, diese Sonne oder was es ist mit Flügeln sehen. Und dann ja auch, äh, lila bemalt. Diese Kette, die hier außen rum geht. Dieser, dieser rote Stein. Und auch hier unten der Sockel und alles ist sehr schön gemacht. So richtig, so golden. Also total schön. Also ich find die echt ein Traum. Ich find die echt wunderschön. Wenn meine Kamera das mal irgendwie scharf stellen würde, wär das noch schöner. Ja, dann, äh, wie macht man hier Wasser rein? Da muss man den Deckel abmachen. Dann hat man hier dieses, ja, dann hat man hier diese, diese Halbkugel. Ähm, hier drinnen sind goldene Sterne. Und auch da hier muss man dann den Deckel abmachen. Irgendwie so. Dann auch hier ist hier ein Sieb drinnen. So eine Art Sieb, wo halt, wo das halt nicht die Sterne rausfallen. Und dann, wenn man es befüllt hat, kann man es wieder reinsetzen. Und, ähm, ich stell mich gerade wieder total blöd an. Irgendwie. So. Genau. Und dann hat man dann eben dann eine befüllte, ähm, Pegasuskugel, wenn man das natürlich macht. Wie gesagt, ich mach's nicht. Und, ähm, ja, auch hier, also der ist auch total federleichtes Teil, ne. Aber ich find ihn einfach so schön gemacht. So klein wie sie auch immer sind, die Sachen von Bandai, also die Sachen von Sailor Moon. Umso schöner sind wirklich trotzdem auch die, ähm, die Sachen. Und, ähm, auch das Teil ist federleicht, aber ist auch wirklich nicht sehr groß. Also man sieht's ja, ne, von der Hand her. Also ist wirklich kein Riesenteil. Aber ich find's echt traumhaft schön. Und, ähm, ja, das war eigentlich schon die Review. Ja, meine Lieben, das war die Review zu meinen drei Waterglobes von Sailor Moon. Und, ähm, ja, also ich kann euch trotzdem die, äh, die Waterglobes nur empfehlen. Also auch wenn sie wirklich klein sind und eigentlich bei Viguria jetzt nicht gerade billig. Also ich hab, ähm, soweit ich das noch irgendwie in Erinnerung hab, hab ich, glaub ich, äh, 10 Euro für eins bezahlt. Aber es sind ja trotzdem jetzt 30 Euro, was hier stehen. Ja. Ähm, aber so wirklich kann ich echt nicht meckern. Die sind wirklich schön gemacht. Sie müssten halt trotzdem vielleicht nur ein paar Zentimeter größer sein. Und wirklich nur ein paar Zentimeter. Weil die sind schon echt wirklich sehr klein. Weil als Wasserkugeln kann ich das jetzt eigentlich auch nicht bezeichnen. Weil was passt denn da bitte in dieses Behältnis rein? Also das ist ja wirklich überhaupt nicht viel. Wenn da vielleicht 10 Tropfen reinpassen, dann ist das echt schon viel. Weil man muss ja trotzdem noch ein bisschen Luft lassen. Ne, und ich, ich, ja, also vielleicht ein bisschen größer wär schon schöner. Aber ich find die trotzdem echt total schön gemacht. Und ich vergleiche das sowas ja wirklich auch gerne so mit den Ü-Eiern, ne. Hier bei uns in Deutschland. Äh, das, weil die, weil sowas, die Gashapon-Sachen, die, die kommen in Japan ja alles aus Automaten. Und trotzdem, ich weiß keine Ahnung, wie viel da jetzt sowas kostet, wenn man es aus dem Außenautomaten zieht. Ähm, aber trotzdem kriegt man dafür, für trotzdem, ich sag jetzt mal, in Japan wenig Geld. Trotzdem sowas Schönes von Sailor Moon, ne. Und, ähm, wir sind halt wieder die Gelackmajärten. Wir dürfen halt wieder ein bisschen mehr bezahlen, weil wir ja in Russland sind. Und, ähm, ja, deswegen, ja, natürlich könnt ihr euch das ganze Set bestellen. Äh, ich glaub sogar Figuja hat das noch, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also, die drei hat Figuja auf jeden Fall noch auf Lager. Das hab ich jetzt letztens erst gesehen, wo ich mal bei Figuja wieder reingeschaut hab. Und, ähm, ja, ansonsten, also wie gesagt, ich hab mir ja nur die jetzt gekauft, die drei, weil die mich am meisten interessiert haben. Und jetzt die, ich bin jetzt auch kein Inneres-Fan. Also, ich kann es nicht sagen, oh, ich lieb die total. Ich bin ja mehr so der Outers-Fan. Ich lieb die viel, viel mehr. Weil die haben einfach dieses Mysteriöse. Und, äh, die drei Sachen hier von Sailor Moon, die finde ich jetzt am allerschönsten. Und, äh, ich bin ja eh so ein Riesen-Fan von der Pegasus-Kugel. Und ich hoffe so, so, so sehr, dass Popplica die auch nochmal rausbringt. Ich mein, den Heilig, der Heilige Krall ist jetzt auch schon erschienen. Und vielleicht kommt dann die Pegasus-Kugel irgendwann mal. Das wär schon echt toll. Also, da würd ich mich riesig freuen, weil die Pegasus-Kugel, die von damals, die kriegt man jetzt auch nicht gerade zu nem Schnäppchenpreis. Ähm, da wär's schon echt toll, wenn die Pegasus-Kugel da auch noch rauskommen würde. Das wär richtig toll. Ähm, die wär wahrscheinlich dann aber auch nicht gerade billig, weil die ja auch trotzdem ihre Größe hat. Und da bin ich echt mal gespannt. Vielleicht, also, ich würd mich freuen. Auf jeden Fall, äh, finde ich die Waterglobs trotzdem sehr süß gemacht. Auch wenn vielleicht so, sag mal, 7, 8 Euro gereicht hätten, weil 10 Euro ist ja trotzdem echt viel Geld. Und ich mein, für diese drei Teile ist es, da stehen jetzt 30 Euro, auch wenn man es das überhaupt nicht ansieht, ne. Und, ähm, aber ich find die toll und ich find, es muss halt jeder selber wissen, ob man die kauft oder nicht. Ich find sie toll, ich find sie schön gemacht und sie machen sich sehr gut, äh, in jeder Sailor-Unsammlung. Also, das muss man nicht sagen. Und, ähm, ja, meine Lieben, ich hoffe, ihr habt das Video gefallen. Ähm, jetzt, ich sag, ich tue auch schon mal gleich eine Verkündung machen. Ich sag mal jetzt, morgen, ich denk mal, morgen wird's kommen. Morgen kommt ein Unboxing. Ein richtig, richtig tolles Unboxing. Freut euch drauf. Ich verrate noch nichts. Aber es kommt was richtig, 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 richtig Tolles. Und Hammermäßiges von Sailor Moon an. Und, ähm, seid gespannt. Und ich hoffe mal, dass es morgen ankommt, das Paket. Und dann lasst euch überraschen, was drin ist. Und ja, meine Lieben, ich hoffe, ihr hat das Video gefallen. Kommentieren, abonnieren, liken und bis zum nächsten Video. Bye, bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020